ja klar hallo tachchen tschüssi kowski ich habe keinen bock auf dich aber ich muss sie auseinander nehmen wir seien keine große gefahr ist hier ganz außer der vielleicht darum jetzt ein ok muss ich lange ich muss glaube ich nach links damit zwar gerade nicht so sicher aber ich glaube ich muss nach links und zum doppelsprung anzukommen wobei die frage ist immer noch ob ich überhaupt dahin gekommen weil davor ist nämlich noch ein boss und weil ich es nicht ob ich den besiegen kann weil da steht nämlich irgendwas mit dream boss oder irgendwas in der art drauf und ich habe keine ahnung ob ich dafür irgendwas bestimmtes benötige oder ob das irgendwie einfach nur ein boss ist der zu den träumern gehört was hab ich hier gerade im kreis ich habe das gefühl dass ich gerade im kreis laufe also ich kopiere die ganze zeit irgendwelche sprinkler anlagen weiß nicht so hundertprozentig mehr wo ich lang gehen soll außer dass ich vielleicht irgendwo da bin wo ich sein möchte und suche einen boss beziehungsweise den doppelsprung ach so das lädt hat auch was das denn für ein blob ja geil jetzt manifestiert sich die seuche hier auch noch einfach aus dünner luft toll wenn ich hier richtig habe keine ahnung wo ich bin ich weiß nur dass hier irgendwas hier rumtapseln tut auch abkürzung wo geht es hier lang habe das gefühl das geht wieder wird zum großen raum wieder zurück oder das kann sein ach so ich bin hier wo ich zum ersten mal gegen die stachelberger knallt bin nein zum zweiten mal zum dritten mal keine ahnung ich habe aufgehört zu zählen ok ich habe den boss gefunden ok die kaputt machen ich habe keine ahnung ich mache die einfach kaputt zerbrochenes gefäß super ich kämpfe also gegen eine leiche von einer weiterentwickelten form von mir selber die einfach total verseucht ist toll nett dass vor allen die musik von holo 90 spielt Nein Ich soll mich heilen Okay, das ist vielleicht ein blöder Zeitpunkt gewesen Das war ein noch beschissener Zeitpunkt Oh, hallo Blöder Zeitpunkt Ich dachte mir schon, dass ich sterbe Hätte ich mir doch lieber mal den Schnellfokus gekauft Aber nö, ich muss dir mein ganzes Geld in den Brunnen werfen In der Hoffnung, dass ich was bekomme Nur um in Wirklichkeit eigentlich nur alles Geld loszuwerden Nö Na wenigstens ist der Weg zum Boss nicht allzu lang Kann ich die kaputt machen? Keine Ahnung Ne, die kann man nicht kaputt machen Irgendwie muss ich herausfinden, wann ich... Ah, ich kann mich jetzt heilen Gut Hey Hau ab, Geist Verdammt Hä, konnte ich das Zeug da links da... Okay, Hilfe Konne ich das Zeug da links da von mir treffen? Diese komischen Blobs Ne, kann ich nicht Sah aber gerade so aus, als hätte ich die irgendwie treffen können Ich muss mich heilen dringend... Oh ja Ich werde schon wieder sterben Nein Okay, das war knapp Hölze Ich will mich einfach nur heilen Danke Danke, dass du mir die Sekunde gegeben hast Gib mir noch eine Sekunde, bitte Danke Toll Ja, danke Schön Ja, klar Spring doch hierhin Ja, mach wieder Headbang Es wäre schon... Okay, das war... Hm, ne Der eine trifft nicht, aber der nächste traf Jetzt aber heilen Puh Was? Der hat mir Essenz gegeben Wieso hat der mir Essenz gegeben auf einmal? Verstehe ich gerade nicht Aber ist mir egal Ich habe Essenz bekommen Für irgendeine Wohltat, die ich wohl gemacht habe oder so Ja, Hilfe Okay, Headbang wieder angesagt Ich werde getroffen Okay, ich habe mich noch heilen ge... Nein, 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 nein Ja, bleib schön in der Gaswolke stehen Nein, 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 nein Ja, mach das, mach das Ist mir egal Okay Weißt du, die Gichter sind eigentlich gar nicht schwer, aber okay So, wenn man keine Ahnung hat, was die machen Dann ist man immer total aufgeschmissen Juti Ich habe den Toten wieder getötet Warum hat der nach mir hingeguckt? Ich bin mir nicht so sicher, warum der mich nochmal angeguckt hat Aber okay, ich bin froh, dass er tot ist Okay, passiert nichts Okay, jetzt mein Doppelsprung Okay, jetzt mein Doppelsprung, ich möchte meinen Doppelsprung Ich will meinen Doppelsprung, ich habe meinen Doppelsprung jetzt total verdient Absolut Bin zwar 20 Mal gestorben oder so und habe wahrscheinlich mehr Schaden bekommen, als ich überhaupt hätte haben bekommen sollen Und so Und so, egal, ich habe es verdient Wenn auch vielleicht nicht wirklich berechtigt Ey, das mein Doppelsprung? Ich habe keine Ahnung Ich glaube, ja Na? Ja Haben wir sonst keinen Weg? Eigentlich dachte ich, hier wäre noch ein weiterer Weg Allen Einschein nach nicht Aber egal, ich habe meinen Doppelsprung Das hat nicht verzählt Und jetzt kann ich auch woanders hin Ich könnte... Naja, das macht nicht viel Sinn Das macht nicht viel Sinn Rechts zu dem Die Leiche glüht Es macht nicht so viel Sinn Quasi rechts zum ersten Fragment hinzugehen Beziehungsweise zur zweiten Hälfte von dem Königsseelenfragment Weil ich brauche dafür die andere Nadel Ähm Kann ich das machen? Okay Mach mal die Lampe aus, bitte Danke Jetzt bin ich denn jetzt plötzlich hier wieder einmal Äh Okay Da lang Okay, jetzt schon wieder so ein bisschen Story oder wie oder was? Hallo? Was? Verlorenes Kind? Jetzt muss ich den Bus nochmal machen Willst du mich verarschen? Hat das nicht einmal gereicht? Sag mal Ich stelle mich gerade dümmer an als vorher Kannst du nicht einfach einfacher sein? Einfach mit, weiß ich nicht, fünf Treffern tot sein? Du mit deinem komischen wackelpudigen Hirn da oben Irgendwie habe ich das Gefühl, dass diese kleinen Viecher Schneller spawnen als vorher Okay, ja, klar Ja, okay, der ist sogar sch- Der ist übler als vorher Ja Zum Glück bin ich jetzt nicht ganz tot, sondern bin einfach nur aus dem Traum wieder rausgeworfen worden Okay Dachchen, Kollege, da bin ich wieder einmal Können wir das jetzt besser klären? Kann ich vielleicht auch deinen Nagel da aus dem Rücken einfach ziehen und als zweite Waffe benutzen? Ich glaube nicht, oder? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass der wahrscheinlich schneller down geht wird Weil der ist wesentlich aggressiver als der erste Teil Nein Das war so klar Weißt du, was ich übrigens gerade bemerke? Ich habe gar nicht drauf geachtet, wann ich die Aufnahme angefangen habe Verdammt Jetzt weiß ich gar nicht, wie lange ich aufnehme Tue ich schon eine Stunde aufnehme? Tue ich zwei aufnehme? Tue ich schon drei Tage aufnehme? Wobei, das würde ich wahrscheinlich merken Lass mich in Ruhe Ja, komm schön in die Pilzsporenwolke da rein Das ist toll Das sehen wir doch gerne, wenn pilzverseuchte Idioten mit Pilzen beschränkt werden Hau ab Mann Ja, was? Wie? Ich komme mir gerade vor wie der letzte Depp Schöner Schrei Wenn man die Animation nicht lesen tut Okay, noch schön geblockt, das ist gut Ja, klar Ich werde hier schon wieder verreckt, oder? Das war dämlich Warum habe ich mich da heilen wollen? Kipp mir doch mal eine fucking Sekunde Nein, nein, was mache ich hier? Was mache ich hier? Hörst du? Gott, ist doch nicht dein Ernst Wie viel Leben hat dieser Sack eigentlich? Warte mal, ich versuche mal was Okay, das funktioniert nicht Oh, ist doch nicht dein Scheißernst Was mache ich hier? Das war's für heute. 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 Nee. Nicht das Gefäß, das verlorene Kind, genau. Das kaputte Gefäß. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.